Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Autogramm? Einen Moment, bitte. Kisses Kim und Golden Lady. Wer Frische liebt, will nur das Allerfrischeste. Buko Frischkäse. Sahnig mild und nordisch frisch. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. Apollinaris. The Queen of Table Waters. Ihre Haut den ganzen Tag Feuchtigkeit zu geben, war bislang eher schwer. Doch jetzt gibt es das neue 12-Stunden-Aktiv-Fluid von Oil of Olas. Leicht, aber mit allen Vorteilen einer Creme. Als Fluid zieht es sofort in die Haut ein. Seine Langzeit-Mikrospeicher versorgen sie nun nach und nach mit Feuchtigkeitsfluids. 12 Stunden lang. Für zarte, frische Haut. Den ganzen Tag. Leicht, aber mit allen Vorteilen einer Creme. Das neue 12-Stunden-Aktiv-Fluid von Oil of Olas. Und zwar bleiben wir Hochachtungsvoll. Sag mal, was ist da los? Ich auch, bitte. Niedlich. Ist der die Schaubel? Probieren Sie doch. Neu. Mini-Dickmanns. Die Kleinen für die Großen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen heute Holsten Alkoholfrei. Dieses Ergebnis jahrelanger höchster Braukunst erfüllt die Wünsche vieler Autofahrer nach höchstem Fahrkomfort und absolutem Trinkgenuss. Die Ausstattung. Ausgesuchte Hopfen, feinstes Malz und ABS. Alkoholfreie Bier-Spezialität. Sollten Sie mal Probe fahren. Hm, steig ein. Holsten Alkoholfrei. 0% Alkohol. 100% Holsten. Uppige Wiesen inmitten ursprünglicher Natur prägen einen Landstrich, dem wir Milchprodukte von besonderer Qualität verdanken. Oldenburger. Butter und Käse aus dem Oldenburger Land. Ein schönes Stück Natur. Zu Chibo kommen Menschen mit einer ganz besonderen Liebe zu frischem Kaffee. Sana Schonkaffee, bitte. Sana. Der Schonkaffee mit dem vollen Chibo-Aroma. Für alle, die bewusst leben und genießen wollen, gibt es Sana jetzt zum Kennenlernen für nur sieben Mark das Pfund. Chibo. Frische Bohnen. Buh, Buh. Blut, Blut. Hey, lauf weg. Warum? Weil du Angst hast. Und warum habe ich Angst? Hast du noch nie was von Dracula gehört? Hm. surtos. Abs. CV ul. W gewesen. immediately.